Das ist wirklich absolut illegal, diese Blitzkrieg-Vox. Who is that Pokemon? It's no way for you! Dating-Coach? Du bist Dating-Coach und schaust... Was sind deine Tipps für mich? Von Dating-Coach zu Dating-Experten. Rausgehen? Das ist keine Option. Also ich will nicht rausgehen, das ist klar. First pick me Ceri, please. So, dann schauen wir mal, ob wir die Ceri gleich reinbekommen, ja. Ich will nicht freiwillig rausgehen, das kann nicht Teil des Planens sein. Ceri-Mitte, was könnte da gut sein? Weiger vielleicht? Aber keiner spielt Weiger, actually. Also lass da Kali werden. Tipp 1, seh gut aus. Tipp 2, sei nicht hässlich. Hm. Na, da hab ich jetzt ein Problem, na? Ja, schau mal. Pro-Builds Ceri. Ich glaub, Nuke-Duck hat doch sogar Ceri-Mitte gespielt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaub, Nuke-Duck hatte Ceri-Mitte gespielt. Da ist der Jön. Ist die überhaupt für mich? Der hat überhaupt nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die für mich ist, die Ceri. Oder ob der die für sich möchte. Da würde mich ehrlich gesagt blendend interessieren, weil das meine Entscheidungen hier sehr beeinflusst. Spielst du alle Champs bei deiner Z- bis A-Challenge? Nee, das ist, äh, also bei der Z- bis A-Challenge spiel ich, na gut, da weiß ich jetzt keinen Spruch, ehrlich gesagt. Sicher ist es gut hier, mein Freund. Ja, es ist sehr gut hier, mein Freund. Sehr gut. Sehr, sehr gut hier. Lass mal einen Gin picken für Siggi. Musst du nicht noch Cics spielen? Nee, Cics haben wir schon gespielt. Mit Cics haben wir schon gewonnen, Leute. Mit Cics haben wir schon gewonnen. Jetzt als nächstes kommt Ceri und dann kommt Zett. Kommt als nächstes. Ceri und dann Zett. Zett. Wir spielen gegen Magic. Auf Ari hier in der Mitte. Wir spielen Ceri-Mitte. Ich hoffe, dass das ein Full-AP in Nunu, aber es zieht sehr danach aus mit Dark Harvest, ne? Ich glaub, mir vorstellen, dass das Midlane-Match-Up gar nicht so schlecht ist. Schauen wir mal, was ich hier machen kann. Vielleicht hätte ich Clean-Skin sein in dem Match-Up. Oh mein Gott, ich glaub, mit Ceri werden wir lang brauchen, bis wir ein Game gewinnen. Ohne Scheiß. Ich glaub, das wird ein Disaster. Das Ceri wird legit ein Disaster, Leute. Ich hoffe, mein Team carriert mich einfach im ersten Game direkt. Oh, Jix. Let's go. Genau, was wir sehen wollen. Welche Elo ist das? Ungefähr high diamond low master sollte das ungefähr alles sein, ja? Oh mein Gott, der Damage-Shot. Problem, Arl-Spielo? Holy shit, wurde die geklappt. Brutal, ey. Warum sag ich so oft Problem? Ich schau echt zu viel Drutu-Stream, ey. Das ist actually, ich bin so strong. Und hier wird ja komplett geklappt, ey. Was habt ihr für ein Support? Ein Army, okay. Ja genau, also im Ceri habt ihr keine... Also ihr habt einen normalen Out-Attack, aber eure normalen Out-Attacks sind eure Q-Fähigkeit. Und das ist praktisch ein Skillshot. Oh, war das ein Fortschnitt, Mann. Oh, wenn ich meinen W noch gemacht hätte, ne? Ich wusste, dass die rüberflaschen möchte. Oh, echt ist die tot, wenn er drauf... Äh, äh, Schneeball? Mach's nicht, Chef. Die kill ich, glaube ich. Da darfst du ja auch einen Minion gönnen, ne? Den hast du dir verdient, Junge. Schnabbleer. Was baut man denn jetzt auf Ceri? Weil man darf ja nicht zu viel Attack-Speed bauen. Das ist ja wohl angeblich der Fehler, den viele auf Ceri machen. Ist, dass sie zu viel Attack-Speed bauen. Ich will ja Witzend in dem Game, ne? Da sind wir uns ja alle einig, dass wir Witzend hier wollen. Ein Morn. Ich glaube, du wirst Witzend auf Ceri haben. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen defensiv spielen jetzt hier, ne? Aber jetzt hier ein bisschen farmen. Wir sind am Ende des Tages sind wir in Articary. Das heißt, wir sind völlig fein, wenn wir einfach farmen die ganze Zeit, würde ich sagen. Kann man eigentlich die auch auf AP spielen? Ceri? Weil die hat ja AP-Scalings auf allem, pretty much. Ich habe vergessen, dass ich hier über die Wand hätte ich dashen können, ne? Schnapp ihn dir, Tiger. Bring die Kugel rein, Junge. Boom, boom, boom. Nice. Good shit, Mann. Also das heißt praktisch, du kannst, du hast auch einen Out-Attack. Das ist, also das hier ist das Q, ne? Diese Shotgun. Und das hier ist der Out-Attack. Und der Out-Attack macht Missing-Half-Damage und Slow. Der ist sehr, sehr stark, der Out-Attack. Wenn du den in die Kombo auf ein Low-Life-Target ansetzt. Cloud-Shields? Ne, alles Cloud-Shield bei dir. Also Shields-Clowns und alles. Alter. Unser Nulu kommt wieder mit der Kugel für die Rettung. Ich frage mich, ob das besser ist, wenn man diesen Empowered-Ordo noch dazwischen macht die ganze Zeit. Also zum Rein-Pushen, wirst du, ne? Fünf Mitte, aha. Fünf Mitte, ey. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Alter, dieser Demand ist ja crazy von Cere. Ich glaube, ich hätte die da sogar killen können, ne? Ich glaube, wenn ich ultiere, ist sie einfach tot. Ich weiß nicht, wie lange die Ult noch hell da wäre. Cere ist ein ziemlich schwacher Champ. Ja, Cere ist leider natürlich nicht wirklich spielbar. Ihr könnt euch hier kennen. Ich versuche wirklich, das Beste rauszuholen und spiele den Champion zur absoluten Perfektion. Aber selbst bei einem Spieler wie mir ist da nicht viel mehr möglich. Oh mein Gott, wenn ich das schneller gemacht hätte, mit dem Kuh, wäre der gestorben, ne? Der wäre echt gestorben, wenn ich den Kuh schneller gemacht hätte. Der Flash war so schön, ne? Ich bin leider gegen die Wand gedashed. Dann sonst hätte ich sie auch gehabt. Habe ich soll jetzt anfangen zu sideladen hier, ne? Das hätte ich besser machen können, ne? Das hätte ich wieder besser machen können. Ich muss, also, der Champ ist so geil, aber ich habe ihn leider noch nicht so richtig drauf, habe ich das Gefühl. Wir sind da nur gerade für den gegnerischen Support geflasht. Was ist das weg? Kriegen wir den Dragon auch noch oben drauf? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, an sich ist das Game ziemlich lost aktuell wegen der Gwen. Aber, we can try it. Wir haben relativ bald noch unser Wit-Send ready, ne? Ich finde auch sowas wie Death-Dance vielleicht noch gehen. Oh, ein bisschen Schneeball. Äh, beide Carries erwischt. Trotzdem schlecht für uns, leider. Ich muss da echt besser aufpassen, wie ich meine Ult einsetze, ne? Das kann nicht sein, dass ich die so waste, ne? Das heißt, ich dir nicht für den Fight hier unten. Ich glaube, ohne Ult bin ich sehr schwach, leider. Ja, diese Blitzkrieg-Cooks sind aber auch absolut illegal, ne? Das ist wirklich absolut illegal, diese Blitzkrieg-Cooks. Oh! 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 Nein, das ist nicht passiert, gerade. Nein, das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, ey. Wow! Oh, mein Gott. Das war ja so sexy. Das ist ja unser Wit-Send hier. So, und jetzt geht man zu dem Zeitpunkt Revenous-Harder, ne? Oder gehe ich jetzt Hurricane? Okay. Das hat mich noch nie getroffen! Der Charm hatte mich doch hier nicht getroffen, oder? So, wahrscheinlich wegen High-Ground, Low-Ground. Das ist der dritte Break für die. Echt aufpassen jetzt. Ich habe aber eine Menge Item. Also, ich habe echt eine Menge Item, ja. Okay, das war's. Das ist so broken, dieser Chef. Das ist so wundervoll. Mein Gott, das ist so schön. Es ist so elegant. Es ist so broken. Hm? Dann kannst du resetten. Okay, wenn ihr sagt, Titanic Hydro ist das Play. Wenn ihr Titanic Hydro sagt, dann brauchen wir Titanic Hydro. Das ist gar nicht, was ich jetzt gebaut hätte. Ich meine, ich hätte sowas wie vielleicht Force of Nature oder Rambuins oder so, hätte ich gefühlt irgendwie. Ja, vielleicht ist das dumm. Das ist so geil, Mann. So geil! Ich bin gerade in fünf Gegner reingedisht, ey. Das hat funktioniert. Ich fühle mich, wird das noch besser. Ja, jetzt hätte ich Titanic. Ich glaube, jetzt ist es leider schon vorbei. Ich meine, die gegnerische Team-Comp war, glaube ich, aber auch sehr schlecht, oder? Gegen, gegen, äh, Ciri. Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr Glück mit der Team-Comp gehabt. Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, ich dachte, du musst dann gut spielen können. Äh, wen auch noch war denn von den Leuten? Hm, wahrscheinlich den Nunu für dieses eine Bushplay. Das war schon insane, muss ich sagen. Alright, Diamond 3. Schau ich das an. Ich glaube, wir sind jetzt auch starb, oder? Bis zum nächsten Mal.